Er ist gerade sogar in den Tagesthemen. Die Rede ist von dem Mannes besten Stück. Doch beschäftigt sich die Nachrichtensendung nicht mit der Länge, sondern mit der Beschneidung bei jüdischen und muslimischen Jungen. Um das Thema Größe kümmert sich das Buch 11 cm ein Mann packt aus. Es kommt nicht auf die Länge an, oder etwa doch, für Stefan Scheiblecker zumindest steht fest, sein bestes Stück ist viel zu klein, um glücklich zu werden oder gar jemanden glücklich zu machen. Also probiert er in zahlreichen Selbstversuchen so ziemlich alles aus, um was zu ändern. Von Massagen und Streckübungen bis hin zur verheißungsvollen Vakuumpumpe. Der ehrliche, unverblümte und wunderbar witzige Bericht eines experimentierfreudigen Mannes, der gerne mehr in der Hose hätte. Das Buch ist nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen eine sicherlich fantastische Unterhaltung. 11 cm ein Mann packt aus von Stefan Scheiblecker erschien beim Knauer Verlag.